Ich verstehe auch null, wie Basti seinen Rhythmus durchziehen kann, Bro, ich check's auch nicht, Mann. Aber es ist so geil, wirklich. Es freut mich einfach wirklich aus Herzen, dass Basti so viel Spaß hat an Minecraft immer noch. Und an diesem Digger, Basti ist immer noch dabei, auch wenn es immer das Gleiche ist, sich neu zu erfinden und so, Bro. Der Typ ist fucking... Basti ist eine Legende, Mann. No job. Crazy. So, der struggelt auch, der ist auch so... Bro, guck mal, Basti ist das beste Beispiel dafür, dass man einfach manchmal durch diese Phase, wo ich gerade bin, durchstruggeln muss. So, Bro, Basti war wirklich... Digga, Basti war auch fucking 200 Viewer, Bro. Basti war wirklich eins vor, yo, ich mach wieder ein regularer Job, Mann. Und guck ihn an, wo er jetzt ist, Mann. Der Typ ist fucking insane, Bro. Basti ist krass. So, Basti ist wirklich ein King, Mann. Ja, Basti ist ein Psycho, aber ein positive Psycho. Wirklich, einer der besten, ich kennengelernt habe, Mann. Ist guter, Mann. Ist guter, Mann.